Fuß- und Nagelpilz ist eine der häufigsten Erkrankungen. Es ist erstaunlich, aber nach der Häufigkeit sind nur Virusinfektionen noch weiter vorne. Zudem ist er schwierig zu entdecken, da die Anfangsphase der Erkrankung versteckt abläuft. Die meisten meiner Patienten kommen erst zu mir, wenn ihre Mykose bereits im mittleren oder schweren Stadium ist. Dabei hätte die Behandlung viel früher beginnen sollten. Der Vorteil des Phonis-Gel besteht darin, dass es nicht nur den Pilz beseitigt, sondern auch seine Folgen. Dabei ist es völlig ungefährlich für ihre Gesundheit. Vergessen Sie zudem nicht, dass es besser ist, vorzusorgen, als eine Krankheit zu heilen. Passen Sie auf Ihren Körper auf. Es dringt tief in die Haut vor und zerstört die Wurzel des Pilzes. Es fördert die Heilung von Rissen und lindert Jürgen dank Propolis-Extrakt. Das Öl der Melaloica alter Nifolia regeneriert beschädigte Nägel. Mit Flavonoiden und Eugenol hilft es, den Pilz zu beseitigen. Die Zusammensetzung des Phonis-Gel ist vollständig natürlich. Es enthält nur stärksten natürliche Bestandteile für den Kampf gegen die Pilzinfektion. Enthält keine gentechnisch veränderten Organismen. Das Mittel wurde nach den EU-Standards im Bereich Qualitätsmanagement hergestellt.